Siddhi Haratali Asana Siddhi Haratali Asana, auch genannt Siddha Haratali Asana, ist eines der Asanas, die nach den 84 großen Meistern genannt wird. Haratali, ein Siddha, also ein großer verwirklichter Meister. Es gibt verschiedene Stellungen, die als Siddhi Haratali Asana bezeichnet werden oder auch als Siddha Haratali Asana. Garote in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asanas spricht zum einen von Siddhi Haratali Asana und er beschreibt es wie folgt. Setze dich hin, bringe die Fersen zusammen und bringe die Zehen nach außen. Dann nimm die Finger und falte sie oder bringe sie unter die Füße. Und dann sollten die Fersen zu den Geschlechtsorganen hingehen. Also wenn du kannst, bringst du die Fersen ganz nahe zu dir hin, hast die Zehen nach außen und gibst dann die Knie nach unten. Dieses Asana ist zum einen ein guter Hüftöffner. Mit diesem Asana kannst du den Lotus vorbereiten. Aber dieses Asana gehört auch zur Gruppe der Asanas, welche Muladhara Chakra aktivieren und Svadishtana Chakra aktivieren. Die meisten der Asanas, die genannt sind nach den 84 großen Meistern, sind Sitzhaltungen, wo irgendwo Fersen oder Fußsohlen in der Nähe der Geschlechtsorgane sind, des Bauches oder auch unter dem Anus. Es gibt von der Stellung noch verschiedene Variationen. Du kannst dabei auch die Zehen weit auseinander geben oder du könntest auch die Zehen etwas heben und zu dir hinziehen. Ähnlich gibt es Siddha Haratali Asana und dieses Asana besteht darin, dass du die Füße auf die Oberschenkel gibst zum Lotus und dann anschließend gibst du die Hände auf den Boden und hebst das Becken hoch. Allerdings wird auch gesagt von Garota, dass Siddha Haratali Asana so ist, dass du einfach nur die Hände zwischen die Füße auf den Boden bringst, ohne das Becken zu heben. Du könntest also auch hier in Lotus kommen, die Handflächen fester auf den Boden geben und das führt dann dazu, dass du dich gut erdest und festigst. Ja, soweit zu Siddhi Haratali Asana und Siddha Haratali Asana. Alle Infos zu diesen und anderen Asanas im Yoga-Vidya-Asana-Lexikon auf wiki.yoga-vidya.de Asana und Siddha Haratali Asana